Herzlich Willkommen zu Divinity 2 Ja ähm wir befinden uns jetzt äh in diesem Haus Da haben wir äh letztes Mal Oh ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung Ja letztes Mal den Schlüssen noch gefunden Und ja wir schauen uns jetzt hier mal um Also viel gibt es hier offenbar nicht Die Tür hier ist äh zugenagelt Ja nehmen wir jetzt hier einfach alles wieder mit Aber wir haben jetzt hier eigentlich gerade nur den Käse Du hast es mitgenommen Und ja viel mehr war da eigentlich auch nicht Dann äh würde ich sagen Gehen wir mal in den äh wie heißt der In den Phoenix Hof Da haben wir ja auch einen Schlüssel gefunden Der Schlüssel irgendwie für den oberen Stock Dann schauen wir mal was es da so gibt Stimmt wir haben noch ein paar Punkte die wir vergeben können Aber damit würde ich eigentlich lieber noch ein bisschen warten Ähm wir hatten doch auch einen Schlüssel bekommen für hier drin Ja genau Das ist schon ziemlich lange her Ähm da sollte eigentlich eine Kiste Eine verschlossene Kiste sein Die wir jetzt eigentlich Öffnen könnten Wo befindet sich die Kiste Ne nicht hier Nein Ja da hinten ist eine Kiste Ja wir haben jetzt den Schlüssel dafür Machen wir auch einfach mal auf Gut dann Ja lauf doch raus Äh gut dann Gehen wir jetzt erstmal in den Phoenix Hof Und schauen dann weiter War das eigentlich im Phoenix Hof wo wir den Käse abgeben müssen Ich weiß es gar nicht mehr Hm Ist alles schon viel zu lange her Ja und Was ist mit dieser Statue auf sich Schützen ein Gewölbe In das sich niemand wagt Wenn ihr es betreten wollt Werdet ihr mit List gefragt Kennt ihr den Lauf der Worte Wie sie gehen von links nach rechts Falls euch innewohnt das Wissen Zögert nicht Habt Mut und sprecht's Ob ihr wohl seid im Recht So fahrt fort und sprecht Was Ob ihr wohl seid im Recht So fahrt fort und sprecht Ob ihr wohl seid im Recht So fahrt fort und sprecht Ob ihr wohl seid im Recht So fahrt fort und sprecht Ob ihr wohl seid im Recht, so fahrt fort und sprecht. Ihr dürft nicht rein, seid wohl verwirrt, denn leider habt ihr euch geirrt. Kommt wieder, wenn ihr weiser seid. Ich warte hier, allzeit bereit. Äh, okay. Das hat offenbar hier mit diesen Runen zu tun. Mal schauen, was steht hier. Keine Ahnung. Ja, hier ist dreimal das selbe Zeichen. Hier ist eines und hier ist noch eines. Wir haben ja erst zwei Schaltern. Das ist eigentlich hier. Hier können wir nicht durch. Kommt. Wo ist der Phönixhof? Ja, hier. Also das heißt, wenn wir wüssten, wie die Reihenfolge ist, dann müssen wir vielleicht gar nicht alle Hebel finden. Äh, ja. Wo ist der? Achso. Wo ist der? Ah, mein ami, habt ihr etwas Gung Gung Berg gefunden? Aha, oui. Er hat ein faszinierendes Aromalisch. Aber wacht nicht, bis ihr diesen Käse schmecken dürft, nachdem der große Bodant ihn zubereitet hat. Wenn ihr jetzt noch herausfindet, wer der Restaurantkritiker, der alle Rotrundschau ist, Ich kann nicht einen lukulischen Cockporee zu sparen, wenn ich abgeregt. Montieren, meine Karriere hängt davon ab. Ich werde jetzt eine ganze Weile gehen. Ich lasse mich denn wissen, wie es gelaufen ist. Ah, wir haben das abgeschlossen. Sehr schön. Wir nehmen die Erfahrungspunkte und gehen hier weiter. Hier oben sollte noch eine Tür sein. Was ist die? Ja. Gut. Oh. Automatisches Speichern. Oh, was ist denn hier passiert? Gut. Sind alle tot. Ist nichts drin. Ja, man weiß ja nicht, ob in der Badewanne noch irgendein Schlüssel drin ist. Nichts. Nein. Stein. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Sehr gut. Was ist hier passiert? Was bringt es uns, hier oben zu sein? Ach, hier. Ach. Schwarzwald. Ich dachte, der hätte was spezielles dabei, aber offenbar nicht. Ja. Ich sehe hier gerade so nichts. Also ich sage nichts von Interesse. Oder hat es hier mit dem hier was zu tun? Die Leichen hier liegen. Die zwei hier sind schon ein bisschen komisch. Oder. Könnte es sein... Könnte es sein... Ich habe mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Muss doch irgendwo was sein. Ich meine, wenn man die Blutflecken ansieht, hier, dann muss man die nur 90 Grad drehen und dann hat man dasselbe Muster wie da. Ja. Naja. Könnte Zufall sein. In diesem Spiel um Zufall, das funktioniert doch nicht. Aber was. Kerze. Wie geht's? Wie geht's? Da gehst du! Aha. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? bloß du bist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was alle rot noch bevorsteht äh, ja, erst mal gedacht, legender Abrax, ich frage mich wie es bei einem kümmerlichen Menschen wie diesen hier wirken würde es ist schrecklich, dass du nicht voller Furcht anzitterst, kümmerliche Kreatur denn ich stehe in der Gunst von Abraxas, dem Gift grünen Schrecken sein dämonisches Blut fließt in meinen Adern ich habe die Macht zu verflogen und zu verschlingen und verschlingen werde ich jetzt dich noch so ein Dämon oh, da ist Level 40 äh, wo ist unser Pad? Das habe ich doch erst gerade gerufen oh, klar, der hält sich auch hoch schnapp sie dir jetzt will ich mal wissen, was der mit dem Pad macht nicht hochheil nicht hochheil Ach jetzt Wir haben eine Quest abgeschlossen Enorme Belebung Nehmen wir das rein Was war das eigentlich für ein Quest? Ein Tagebuch Ja, Hinweise Wir müssen hier irgendwelche Hinweise finden Da müssen wir offenbar noch warten Und 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 Okay Und Okay Und Ja Dreifach Mode Haben wir auch noch Puh Puh Äh Ja Ja Hier gibt es natürlich die wieder Ja, wir haben hier noch ordentlich was zu tun Halte für Schönheit Okay Ja Ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht wo wir überhaupt anfangen sollen Aber ich glaube Ähm Können wir hier noch was abgeben Nicht Ich kann es gar nicht erwarten Meine guten Maschinen wieder arbeiten zu sehen Okay Da können wir jetzt nichts machen Äh Der hat hier noch nicht kurz Was hätte ich denn gern Ja Gibt es nichts wirklich spezielles Kann man auch nicht runter Nichts Der hat da glaube ich auch nicht, oder? Ne Keine Ahnung Ja Ja ich denke wir werden hier auf der Karte Mal nachschauen Vielleicht äh Ist da irgendwas angezeichnet Wo wir hinsollen hinmüssen Ja So Gehen wir mal auf die Weltkarte Hier haben wir schon ein bisschen was drauf aber Das ist hier Ah Das ist Chanel Da müssen wir doch hin Nicht Äh Wo müssen wir da durch Okay Hier ist ein Weg Aha Das ist die Lange Schauspielhaus 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 Adam Eva Kanalisationszonen Okay Ja hier ist einfach ein bisschen zu groß Ähm Weiter würde es gehen hier beim Stadttor Ausgrabungsstätte Ausgrabungsstätte Kreis des Vertrauens Was ist denn hier noch Hier kommen wir glaube ich noch nicht durch Ähm Stadttor Ich glaube da kommen wir da auch nicht durch Wir müssen hier Ist hier nicht Doch Ne hier was Hier ist der Wall Und hier ist glaube ich ein Baum drin Und dieser Baum lässt uns nicht da durch Aber Ähm Was ist das für ein Teleporter Platz Dann gehen wir mal zu diesem Platz So Ähm Hier Hier Ja Okay Ähm Das ist hier oder Ich möchte ihr könnt nicht durch dieses Tor gehen Eine fliegende Festung hat die Brücke zerstört Okay 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 Hier ist das Stadttor Wo es eigentlich weiter gehen würde aber Da kommen wir jetzt nicht durch Hier müssen wir irgendwie durch kommen Oder Könnt ihr uns helfen Drachenritter? Vielleicht könnt ihr ja wundersame Dinge tun Wie mit den Bäumen sprechen Ja Drachenritter Ja Oh ich bin zwar weniger Irgendwie will ich das gar nicht tun Äh Sonst haben wir hier auch nichts gerade zu tun Mit den Heilungen Ich kann jetzt nicht Die Verbundeten gehen vor In einem Moment braue ich tränke Im nächsten wühle ich in den Derben von Champions Stört mich nicht Stört mich nicht Okay Mh Dann holen wir hier den Lift mal kurz runter Das haben wir ja gemacht bei dem Dann gehen wir hier mal hoch Ja wir haben eigentlich so viele Quest Aber keine Ahnung wo man die überall abgeben kann Wo es irgendwie weiter geht oder so Keine Ahnung Hier unten ist glaube ich die Promenade Hier sind wir am Rathausplatz Das heißt wir sollten eigentlich mal in jedes Haus nachschauen Hier waren wir schon Was gibt es hier aus der Heilau So Ich glaube hier haben wir schon einiges gemacht Hier haben wir schon einiges gemacht Okay Hier waren wir glaube ich Hier ist ein Skelett Ach das ist gelter Ich darf nicht einschlafen Ich darf nicht einschlafen Ich darf nicht einschlafen Seid ihr sicher das sieht äh Fürchterlich aus Auch wenn ich ja nichts zu verlieren habe Und runter damit Es hat funktioniert Schaut mich nur an Wunderbares Fleisch Wunderbare Haut Ich lebe Hahaha Danke Drachenritter Vielen Dank Das nehmen wir mit Und Das sind 5 Stück Na komm wir nehmen wir mal die Tränke mit Können wir auch brauchen Ja Da haben wir mal wieder was abgeschlossen Also Ich wusste es jetzt nicht wirklich Dass das der ist Aber ok Ja Ist natürlich auch gut Ähm Der sucht irgendwie Den Ring Aber ich glaube da müssen wir bei diesem Baum vorbeikommen Dann gehen wir mal hier hoch Der Ach das ist der Ja Der sucht glaube ich so ein Buch Das wissen wir Haben wir auch noch nicht Wissen wir nicht Wo es sich befindet Und Was ist das Therapiebericht Ja gut ok Ich werde die Folge hier beenden Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Bye 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 Vielen Dank.